Hallo, mein Name ist Harald Beckmann und ich melde mich hier aus dem Cromax Training Center in Bonn. In schweren Zeiten gilt es ja immer, besonders zusammenzuhalten. Und deshalb haben auch wir von Cromax unser Angebot an technischem Support für Sie nochmals erweitert. Natürlich stehen Ihnen weiterhin unsere Webseite zur Verfügung, wo Sie viele nützliche Tools finden, wie zum Beispiel unser Online-Lernprogramm eCTC oder auch ganz besonders die Training-Videos, die Ihnen sehr viele nützliche Tipps für Ihren täglichen Bedarf geben können. Weiterhin stehen Ihnen auch unsere Hotlines zur Verfügung für Color, Software oder technischen Support. Neu ist jetzt unser Video-Chat. Bei Fragen von Ihnen können wir Ihnen gerne Support per Video-Chat geben oder nach einer Abstimmung auch live aus unserer Kabine zum Beispiel die Applikation des Basislackes darstellen. Sprechen Sie uns einfach über die normalen Kanäle an, wie Mail, technische Hotline oder rufen Sie uns direkt an. Und bis dahin, bleiben Sie gesund! Ihr Cromax Trainingsteam